Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Tag in Seven Days. Hallo Hobbits. Oh guck mal, wie schön die Sonne aufgeht. Haar ist halt herrlich. Wenn wir jetzt noch Fenster hätten, das wäre aber schön. Nein, nein, ich verarsche doch niemand. Da habe ich die Dinge angebracht, aber auf dem falschen Fleck. Wir müssen jetzt gerade mal grobe Zeug rüberschleppen. Das ist sonst Käse und hat beim letzten mal nicht geklappt. Da müssen wir hier die Dinger wohl reparieren. Den Kipietschutzblock. Oh, brauchen wir da zufällig Eisen für? Weiß ich nicht. Guck da doch in der Schmiede. Da müsste eigentlich genug Eisen jetzt. Da ist der Block. Mittlerweile. Wie geht das? Reparieren. Mit dem Hammer geht das doch, oder nicht? Ja. Oh fuck, jetzt ist er weg. Oh neun. Ehrlich, geht das dann? No. Gebietschutzblock. Das war nicht gut. Oh. Immer der Hobbit. Ja, Entschuldigung. Immer noch. Tut mir leid. Nicht zu entschuldigen. Okay. No. Ich baue ich schon mal ab. Hier sind noch ein paar Lampen. Ich schraube ich los. Dann können wir auch schon zum Händler gleich. Ah ne, unseren Quest weitermachen. Oh ja, den Quest haben wir noch. Ja, den Quest noch erledigen und dann ist aber Schluss mit Quest. Ich denke mal, dann sollten wir lieber mal umrüsten. So. Den Gebietschutzblock wieder ankleben. Büng, 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 büng. Und jetzt eh festhalten. Ah, sehr gut. Jetzt zeig mal her. Sieben Eisenbahnen. Oh, die muss brennen hier. Da ist noch. Voll. Ja, natürlich ist sie voll. 26 Minuten dauert hat. Ja, alles klar. Die Schmiede kann schon mal nicht mitgenommen werden. Ja, wo es nach 26 Minuten brennen. Also Ende nächsten Tages. So. Das brauchen wir schon nicht mehr. Was ist hier mit? Die können wir mitnehmen. 50 Sekunden dauert abbauen. Dann habe ich die in der Tasche. Und unsere ganzen Kisten, den ganzen Kram ist auch noch rüber. Uh, das ist aber viel. Was lachst du? Nix. Meißgut. Uh. Also, Pflastersteine. Damit kannst du hier ein Pflaster machen. Ha, 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 ha. Oh, he, schau. Wo habe ich? Ja, es war es. Ich muss mal gucken. Zack. Die habe ich auch in der Tasche. Wunderbar. Dann gucke ich mal, wo das Feuer ist hier. Haben wir denn da noch irgendwo zu essen? Oh, ja. Hey damit, hey damit. Und da ist der Schrank mit den ganzen Butterrages. Ich, pass auf, ich nehme jetzt alles mit. Und jetzt bin ich voll. Ah, ich habe ein gutes Mittel gegen voll. Ich trinke einen Tee und esse was. Damit ich satt werde. Nom, 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 nom. Er mummelt. Noch ein, ja. So ist gut. Zwei Dinger kann ich wegschmeißen. Und dann nehme ich noch ein bisschen das Tier mit und das Tier mit. So kann losgehen. Aua, ich bin nicht überladen. Wo ist unser neues Heim? Ich nehme jetzt mal meinen Schlafsack mit. Tun Sie das, tun Sie das. Den will ich nicht wegstellen. So geht das nicht. Das ist Hobbit. Das ist mein. Kann ich nicht mitnehmen. Im Inventar ist voll. Ich kann auch einen neuen bauen. Das werde ich auch noch schaffen. Richtung Kirche. Ne, da ist die Schule. Die kann ich auch mitnehmen. Ah, kann ich nicht mitnehmen, weil ich bin voll. Verdammt. Immer dieses voll. Dein. Ist ja gruselig. Inventar ist voll. Inventar ist voll. Was machst du Schönes? Latschen. Also Klamotten holen. Echt? Ja. Oh, ich fahre Hunger. Du verhungerst? Zeit zum Essen. Ich muss arbeiten. Ja, unter linke Lagerfeuer tue ich, äh, da sind noch ein paar Kotelitz drin. Egal, was ist denn mit meiner Stimme da los? Warum bin ich denn hier? Ja, weil du, weil du immer verhungert bist hier. Oh. Alter, Hunger leider. Ganz abgemagert. Ja. Das wäre toll, ne? Hallo? Da lacht er. So. Schönes Fleisch. Tum mal hier hin. Wapp, wapp. Ich tue das jetzt auch schon schön sortieren. Hm, hm. Wie ich das immer mache. Ja. So. Leere Glaskrüge hier hin. Hm. Dann haben wir den Goldruten-Tee. Den tue ich da hin, weil wir den ja brauchen. Zupf vor der Fresse Galien. Dann habe ich noch ein Bier und noch so ein Tee. Und die Blömsche. So. Schön. Und dann haben wir Kochpötte und zwei Kartoffeln. Perfekto. So. Äh. Chef, wo sollen denn unsere Sachen hin? Hier. Die haben wir nach drinnen, oder was, ne? Ja. Obwohl. Da ist ja Holzboden, ne? Da ist. Aber das wollten wir eigentlich, glaube ich, doch noch alles ein bisschen aufwerten, oder? Da können wir auch noch von unten, ne? Aber erst mal, dass das Zeug hier steht. Ja. Chemiekiste. Tja. Ich soll dich jetzt einfach mal hinstellen? Dann einfach mal hin. Mach, wie du möchtest. Hier, Gebietsschutzblock. Ich baue noch einen. Kann man davon immer weiterbauen? Äh, einen jeweils. Also du brauchst ja nur einen. Ja, ja. Der deckt ja das ganze Gebiet dann so weit ab. Ja, habe ich ja drüben gemacht, damit ich das Zeug abropfen könnte. Jetzt hätte ich aber gerne noch einen. Ja, kannst du ja bauen. Dann müssen wir den drüben wegkloppen. Und dann kannst du deinen Gebietsschutzblock da anpinnen. Ist das richtig rum? Ja, ist richtig rum. Klack. Und da drüben ist, so drüber ist Platz. So. Da kommt jemand, glaube ich. Die Dinger habe ich schon mal hingestellt. Das ist auch noch. So, wo kommt denn Medizin oder sowas hin? Hier links. Medizin habe ich hier in dieser Kiste. Was ist das? Oh. Das sieht doch sehr unordentlich aus. So. Stoff kommt da rein. Auch, ja. So. Hepp, hepp, hepp. Hepp, hepp. So, und hier kommt jetzt mal rein. Einfach mal rein. Einfach mal hepp. Ja, dann lass uns mal los, weil sonst die Zeit geht flöten. Okay. Aush, aber Reparatur-Kids brauche ich. Ich habe schon keine mehr. Hast du noch Reparatur-Kids? Ja, ich habe noch zehn Stück. Ich kann dir fünf Stück abgeben. Ja, warte, ich gucke mal gerade, wo ich die gerade herstellen kann. Die waren nicht so teuer. Die kann ich während dem Latschen bauen. Repp. Oh, ja, tatsächlich, da haben wir welche. Zack, zack. Äh. Gib mal ein paar Reparatur-Set, zack. Da brauche ich Eisen für. Eisen haben wir nicht. Da kann ich mal eben noch rüber rennen, oder? Ja. Ach, Quatsch. Gib mir mal ein, zwei Reparatur-Kids. Dann brauche ich nicht. Sieben Eisen habe ich hier noch. Hier. Sieben? Ja. Ja, das reicht. So, zack, sieben fertig. Wunderbar. Da oben kommen die Chemikalien-Sachen rein. Müssen wir weit rennen, jedes Mal. Können wir ja auch eine bauen. Ist ja nicht so, dass... Ach so, okay. Da rein muss. Ja, ich habe fertig. Wir können los. Ja, Hetschen. Ich habe fertig. Das ist supi. Ja. Hepp. Beine brechen, nein. Ja, auch nicht. Ich bin zur falschen Seite runtergegangen. Das ist super. Hier habe ich es euch hier hingelegt. Wir bringen nichts. Da kommt schon wieder wer angelaufen. Der will einen neuen Scheitel haben. Ach, es wird gegessen. Ich habe ein paar Koteletter. Ja, ich habe zugegeben. Oh. Vorschlaghammer hat er mitgebracht. Blödest du überhaupt? Also, naja. Ne, noch blöder wäre, weiß ich nicht. Okay. Vorschlaghammer. Oh. Okay, los geht's. Hey. Oh, hüpf. Oh ja, ich auch. So. Aber ich fand, würde ich diesmal. Es lässt mich raten, die Kohlefabrik. Ne? Muss hier irgendwo sein. Äh? Das große Haus da. Jo, hier. Ja, hier. Äh. Gigigigigig. Ne, ne. Bitte, ein Brennen geht mir ein bisschen auf die Nerven, ehrliche Sache. Zack. Stach. Ach, mein Gott. Natürlich. Schnell. Ich habe wieder einen lustigen Kerzenständer für dich. Oh Gott, da läuft gerade eine Hundehorde an uns vorbei. What? Wo? Südwesten. Über die Straße, wo wir gerade lang gefahren sind. Oh, verdammt. Die müssen weg. Ah, ich bin runtergefallen. Warum? Links von dir ist ein Hund und ein Wildschwein. Autsch. Das ist doch liegen. Fleisch bräuchten wir, aber geht jetzt nicht. Fleisch, doch. Wo ist das Wildschwein? Ja, aber du hast die Quest doch schon aktiviert. Ja, da Wildschwein ist tot, läuft ja nicht weg. Nicht versterben, Hobbit, nicht versterben. Komm rein, bist du oben? Ja. Ui, 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 immer auf die Mütze. Was haben wir denn hier Schönes? Da haben wir wieder zum Abschrauben. Sofort. In der Schrauber. Der sagt, meine Kiste ist oben. Oh, und hier ist das Klimaanlage. Jo, das Abschrauben, Abschrauben. Davon brauchen wir vier. Wir brauchen Blades und so. So. Oh, ich habe übrigens ein Level gemacht. Ich glaube, ich könnte den Meister des Elektriktriegs jetzt schon erlernen. Oh, das wäre ja der Hammer. Dann nehmen wir mal alles mit hier. Dann sagen wir, ja, zack, zack. Elektriktrieg. Tädelit. Ja. Hey, 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 hey. Ja, ich kann die Blades schon bauen. Oh, mach auf hier. Pfeile, 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 Pfeile. Zack, bisschen Blei. Irgendwo oberhalb soll das sein, wenn ich brauche. Ja, nimm mal mit. Ja, nimm mal mit. Neun Meter, fünf Meter, drei Meter, zwei Meter, drei Meter, zwei Meter, drei Meter, hier irgendwo. Oh, was ist hier? Ein Meter zwanzig, ein Meter vierzig. Was war das denn versteckt? Kohlen, überhaupt. Alles mit. Ich sehe das, ah, da ist es, ich sehe, nee. Alles doch, shit, Mann. Ich bin den ganzen Tag am zerlegen. 0,7, 0,6. Hier drunter. Das ändert sich dauernd. Hobbit. Weg. Ich hab es. Mein Täschchen hab ich schon. Boko. Komm hier nicht weg. Ich bin gefangen. Jetzt. Wo bist du? Unten. Wie denn? Über die Treppe. Ich bin schon wieder im Loch. Über die Treppe. Wo ist denn hier die Treppe? Verdorrig. Jetzt bin ich da. Bleib mal oben in deinem Loch. Ja, bleib du mal in deinem Loch. Start stecken da. Ich mach das schon. Ah, das ist schon leer. Verdorrig. Da kam ich zu spät. Hier sind ein paar Kunden. Sehr gut. Ein paar Runde Katzenfutter. Mit den Hobbit. Lecker, lecker. Ja, du kannst Chili irgendwas herstellen. Ja, hab ich auch gelesen. Er gesehen schon. Da musst du, da müssen wir brauchen. Da brauchen wir die Chili-Dosen für, ne? Ja. Dosen. Wir brauchen Dosen, genau. Oh, hier. Guck mal, was in dem eulen Trockner drin ist. Oh. Neue Olobox. Tut immer alles kaputt. Da steht eine Frau. Willst du denn einen verballern? Ne, gut, dann verballer ich der. Hier kommt eine große. Eine komische Frau. Ja. Ja, so eine Zwergenfrau, was? Die Bart. Ja, die haben sie mir am liebsten. Ja, auch los. Frau mit Bart. Stehe ich drauf. Die feiern wir. Ja. Oh. Oh, scheiße. Oh, ich auch. Scheiße. Scheiße. Zu mir sagt er, ich sollte. Ja. So haben wir immer wieder der Popp ist gerettet und er sagt nix. Und jetzt steh'n wieder weiter looten, ne? Richtig. Und fass' mal. Zack. Ihr habt noch so ein Bord to Purify gefunden. Brauchen wir nicht mehr, ne? Ja, verkaufen. Gibt Geld, oder? Bisschen. Mal gucken. Was bringt das hier? Gar nichts. Ah, hier noch einer. Ich höre schon wieder irgendwie rumradieren. Also, ich hab's geschafft. Hast du dein Tütchen aufgehoben? Ja, sicher. Schon von Anfang an. Oh, aber ich brauch' verdammt. Ich brauch'n wieder... Oh, Mann. Warum krieg' ich denn immer einen ab? Brauch' schon wieder'n Honig. Wehe. So'n Koffer? Wie kommt man denn hier raus? Hier wird überall gehauen, Hobbit. Ja, ich weiß, ich will hier raus. Hier ist eine große Kiste. Oh, die hast du auch schon. Was ist denn hier? Ja. So, ich bin draußen. Lauf' hier nochmal drumherum. Oh Gott, hat ihn mir hier so erschreckt. Ja, warum? Schlechtige Wissen. Den schlag. Hat er mit der Axt gekriegt. Uschi, wo willst du hin? Gar nicht mehr. Perfekt. Hab' doch bei mir. Du hast so wunderhübsch. Du hattest kein Bart. Ist das Schwein noch da? Ja, das müsste hier drüben sein. Äh, nee. Da ist es. Doch, hast du? Ja, ja. Aber kommt nix raus. Wo denn? Ja. So. Und die Hunde sind auch weg. Verdammt. Mann, schade, okay. Ja, aber kannst du nix. Ich lass doch nicht die vier Köter hier rumrennen. Die springen uns auf einmal im Kreuz. Meinen müssten abbiegen. Ach, du hast du doch gar nicht gesehen. Wer hat die denn erschossen? Ja, weil ich das gesagt hab, du Nasenbär. So, ab zum Händler. Ab zum Händler. Komm, ich lass dir mal Vorsprung. Was ist das hier? Blei? Oder ist das Kohle? Blei. Das ist zu dunkel ist, ne? Da war ich wieder mit Vorsprung lassen. Oh, ich schreibe mich nicht an. Hau ihm eine. Was? Äh, nee. Bist du jetzt noch so eine Fahrlanze, wo du mit aufspießen kannst? Ja, habe ich auch schon gesagt. Die Don Quixote. Einfach 17 hattest du eine. Was? Ehrlich? Ja. Wie war das? Don Quixote und Pepone, ne? Keine Haut wie Don Camillo. Genau. Er ist auch mal mit dem Fahrrad gefahren. Dann hätte ich aber auch gerne so ein hübsches Hütchen. Und so ein schönes, schönes, nein, das ist ein Gewand. Aber wer der Hut heißt, weiß ich nicht. Wer heißt der Hut? Hut. Aufgabe für, der hat bestimmt auch einen Namen. Glaube ich nicht, dass der nur Hut heißt. Ach so. Oder ab. Das Hut heißt doch bestimmt nicht nur Hut, Mensch. Okay, schwarzer Hut. Das Nachthemd heißt Talar. So. Das ist doch so. Und so. Oh. Oh. Zack. Der gibt eine Maschinenpistole, eine 3. Wow. Cool. Welcome, Survivor. Welcome, Survivor. Die ist mit 9mm, ne? Ja. Oh, cool. So. Jetzt hat er auch neuen Stoff da. Gratitude. Was hat er irgendwann heißen soll? Weiß ich nicht, was Gratitude heißt. Sonst hat er aber nichts. Riffelparts. Nee. Und im Safe, was hast du da? Ein Helm-Mod zum Buddeln haben wir schon, ne? So eine Grabe-Mod. Oder nee, ich habe keine. Oder das kann ich verstehen. Das wird gekauft. Zack. So eine Knuddel-Schematik. Willst du mal so eine Knuddel bauen? So ein, äh, nee, ne? Was ist eine Knuddel? So ein, äh, so ein Schlagring. Nee, das habe ich nicht. Nein, nein. Oh, hier, Archerbuch Nummer 7. Hast du das schon? Aber ja, bei Skills kann man das sehen. Ja? Ja, guck mal nach. Äh, nee, habe ich noch nicht. Oh. Äh, ja. Sehr schön. Ist doch nicht schlimm. Kann ich noch nicht kaufen. Ach so, okay. Weil ich, äh, leider nicht viel noch Geld dabei habe. Doch, jetzt habe ich genug Geld dabei. Zack. Ja, bitteschön. Das ist nämlich, wenn du alle Bücher zusammen hast, kriegst du noch irgendwie so ein, habe ich noch nie geschafft. Aber du hast, du müsstest jetzt schon drei, äh, Bücher haben. So, jetzt doch mal her. Okay, auf, auf, mit dir den. Ja, ich nehme mal. Nehme mal an. Zack. Oh, ein Tier 3 Quest. Oh. Ja, das schaffen wir ja, aber. Habe ich direkt angenommen. Meinst du, äh, dann müssen wir direkt, direkt los, oder was? Ja, können wir machen. Hier, zack, scheren. Dann geht los. Komm, na, hau mal direkt weg da. Penner. Wo ist denn das Zeug? Ist das weit weg? Hier ist Wüste. Da ist doch Wüste im Nachbarort. Hast du die Bohrmaschine bei? Ne, alles klar. Dann pass auf, ich markiere das mal. Ich mache mir mal einen schnellen Wegpunkt hin. Dann nehme ich beim nächsten Mal, ne, wir fahren aber, ich würde sagen, wir versuchen noch den Quest fertig zu machen. Dann nehme ich, wenn wir den fertig haben, dann fahre ich mal das abgeben. Dann fahre ich die Bohrmaschine holen. Dann fahre ich mal in die Wüste. Und bohre ich schon mal ein bisschen Öl und so. Weil, was ich brauche. Und ich räume noch ein paar Sachen drüber. Und, äh, und nimm den Rest mit. Ja. Hast du angenommen, gescherten Kram? Ja, habe ich noch nicht. Wenn ich bei der Hütte bin. Ja, alles klar. Ich fahre Ihnen jetzt hinterher. Wollte die Frau überfahren, war aber nicht. Habe ich noch ein... Oh Gott, bremse doch nicht einfach so, ohne Vorwarnung. Ich habe nicht gebremst. Was war da denn? Ich habe nur, äh, mal in meine Taschen geguckt, ob ich einen Honig dabei habe. Weil das steigt immer weiter, leider. Das ist sehr doof. Äh, wenn wir mal Holzstamm anhalten, wenn wir einen finden. Okay. Ja, das bin ich total verseucht, da gehe ich kaputt. Alter, Seuchenbruder, du. Ja. Ich immer sofort die Seuche. Egal. Da ist er auch noch drauf gefahren. Äh, äh, hat er gesagt. Hat ihm nicht so gefallen. Ich sehe aber keinen Baumstumpf. Das ist schlecht. Ja, ist es auch. Ungerne versterben. Irgendeiner wird es schon finden. Haben wir noch Honig bei uns in der Base? Auch nicht, oder? Ja, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Ja, und Peel, da diese blau-weißen. Oh, oh, ein riesen Shotgun-Messer, ja. Ja, aber das, ach so, ist Quest, nein. Nein. Aber da müssen wir mal rein. Genau so wie die, oh, wir müssen überall, wir müssen noch so viel. Oh, herrlich. Hier ist eine Fahne. Warum ist das eine Fahne? Das ist ein Camp. Militärcamp, jo. Da müssen wir noch rein. Nein. Doch. What? Mit Militärcamp. Ja, ich nehme doch mal an, schnell. Hast du? Ja, habe ich. Jetzt noch. Okay, ja dann. Äh, sollen wir noch gerade hier reingucken? Kannst du noch nicht mal, hier ist nichts drin. Ja dann, zack, go. Okay, let's go. Jetzt kann ich den Aktenschrank durchsuchen. Ein paar Dollar. Ein Schreibtisch. Äh, hast du noch Müll dabei? Ja, ich auch. Kiste. Kiste bauen. Hier, chest. Nein, das war. Chest. Zack, zack. Da kann ich das noch schnell zerlegen und dann noch schnell zerlegen. Und da kann ich lernen. Kann ich eine Hand nehmen. Kiste. Wo ist die Kiste? Kiste, Kiste, Kiste. Hap, plap. Zack, aufmachen. Zack, zack, rein. Und da legen, äh, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, alles drin. Äh, rein, 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 rein. Oh, das wird aber, stimmt gar nicht so einfach hier. Ich mach schon mal hier den Zaun auf. Oh, ich hab überall schon rote Punkte. Irgendwie eine Krankheit? Nein. Nee, die sollen ja alle, alle killen. Oh. Oh ja. Oh. Okay. Gleich sollte ich schon mal meine Waffe mit und ins... Ach, da ist die gute Frau. Immer drauf auf die... Immer feste Druck. Genau. Auf die Uschi. Hier ist Kena. Hier ist das Einzige, was ich diesen Vogeln lässt. Gibt's ja wohl nicht. Ah, ist der Hobbit schnell dabei. Da kommt die nächste Krankenschwester. Hallo. Bam. 700 Punkte gab die Olle. Ja. Wieso denn so viel? Hallo. Ja, 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 ja. Oh, hier. Komm. Machst du. Willst du wieder zugucken? Auch gut. Mit Stamina. Ach so. Passbar. Hier ist nischt. Das ist ja Beschiss. Ja, aber auch wirklich Beschiss hier. Ehrlich. Die Tech-Camp und dann ist nix drin. Er ist überall nix. Ah, schon einer hier? Toll. Die Fester muss auch durchsuchen. Ja, hab ich ja. Nö, da war noch eins. Oh. Oh, hier ist ein Grill, da ist was drin. Ein Knochen. Stühle, da lege ich immer. Zack, zack. Die hat's da aber erwischt. Ich mach mich doch nicht so. Der Gläser. Dosen. Dosen. Heiliges Brot. Ein Lichtlein. Elektronikfahrt. Bin ich immer gierig drauf. Was hat das? Was hat das soll? Einmal das war. Irgendwann ist kaputt gegangen. Hätte ich mich hier ja vorgestellt. Oh, da oben ist auch noch eine. Ich nehm die da oben. Okay. Zack. Yeyeyei. Wo denn? Oh, oh. Hier, hier, Kunter. Komm. Ah. Da. Kaputt. Ah, das geht doch. Rubble, Katz. Jubbel, Dick. Down, Tom, Beck. Ich bin doch am Durchsuche, dir. Ich dreh nicht immer so. Dann schraube ich den noch ab. Ich bleibe mir immer nur die Mülltonnen. Ich fahre es ja nicht. Oh, hier ist was drin. Immer noch keinen. Hast du Honig gefunden? Sag mal Bescheid mit Honig. Nein. Ja, mach ich. Ich bin schon bei. Leider bin ich schon bei so und so viel Prozent. Oh. Oh, sagt er. Ein Bücheregal. Du ballerst mit der Shotgun. Hier, Shotgun Messiah-Buch. Bitteschön. Dankeschön. Bin ich auch immer mal wieder hart für mich? Eine Frechheit. Das war es. Hier muss noch einer sein. Hinterm Haus. Ja, guck mal, du kriegst noch rote Punkte angezeigt. Oh ja. Der ist Müll. Oh, federt. Cool. Da liegt da. Ah, lichter. Hausack. Über mich hat er gerade gemacht. Ich gucke zu. Ich bin nur und selber. Ich muss dich beeilen. Eilen? Pippi oder was? Da wird große Verseuchung. Kakao, 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 sagt er. Was? Er will nen Kakao, hat er gesagt. Oder was? Hab ich nicht. Das ist eine Eule. Keule. Und noch ein Kakao, noch ein Kakao, sagt er. Wir suchen Verleihung. Ein schöner Suchti. Dein Kakao. 23 Reparatur gibt's, das war gut. Wow. In einer Kiste. Ich hab Honig. Echt? Ja. Edward, Edward, Edward. Honig. Knack. Boah, reicht gerade noch. 3,7 hatte ich schon. Hahaha, sehr gut. Fantastico, was geht's hier lang? Ist einmal nichts. Gehen wir hinterm Haus lang? Naja, ist auch nichts. Okay. Komm wieder rein. Knicks, knicks, knicks. Hier zum Abschrauben. Knicks, 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 knicks. Alles leer, 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 leer. Geht aber ein, also ich hab mir aber hier. Ja, ich eigentlich auch wegen Militär und so. Ja, viel mehr vorgestellt. Bisschen komisch. Out of stamina. Ich muss schon wieder was essen. Ja, ich ess mal die Katzenfutter. Was man nicht essen sollte, ist das Chili, ne? Weil du jetzt was an mitbauen kannst, ne? Okay. So, und davon ein. Von hier, weiß ich nicht. Du bist ja von mir aus. So. Hier geht in den Keller. Okay, aber in den Keller. Okay, ich mach mal auf. Oh, 7.000, ey. So, gehen wir oben lang. Ja, das ist so viel. Äh, hier geht's nicht rein. So, hier ist noch mal zum Abschrauben. Hier in der Hütte war wir auch noch nicht, wenn wir die erst machen. Da kommt schon einer angelatscht. Ei, ei, ei. Ah. Oh, oh. Na komm. Oh, oh. Autsch. Ah, ich hab's gewusst. Was ist denn? Alles gut. Entspann dich. Reparieren. So. Jetzt aber. In Ruhe. Oh, ich hab. Oh, 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 ey. Ne, ne, war gut. War gut. Wir sind duschen. Ähm. Wir sind duschen. Ich hab hier Steaks und Potatoes machen. Dann ist es very good als Futter. Und Aloe Vera Seeds. Wer macht denn dann mit den Seeds? Kannst du schon welche herstellen? Nein, kann ich noch nicht. Ich aber jetzt so. Okay. Ich raub das ab wieder da oben an der Decke. Wie viel sind wir denn? Oh, wir sind schon bei 34 Minuten. Was? Leck mich ja am Hof. Passt du denn nie auf? Nein. Alles klar. Okay. Ja, Leute. Haben schon wieder ganz gut was abgesahnt hier, würde ich sagen. Äh. Machen die Quests fertig. Ja. Und so langsam aber sicher. Ne, haben wir uns auch Tag 14. Aber, ähm. Ähm. Ja. Ja. Wir haben ja schon sehr viel erledigt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir den Daumen nach oben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann machen wir die Hütte fertig. In diesem Sinne. Habe die Ehre. Bis denn. Tschüss. 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 Vielen Dank.